Die Rosa Kohlpfalme oder Cordyline Pink Passion ist eine einzigartige Palmenart, die in Deutschland nur selten angeboten wird. Die Rosa Kohlpfalme ist für ihre auffälligen leuchtendrosa Blätter bekannt. Die Blätter sind länglich, spitz und haben eine weiche Textur. Mit zunehmendem Alter der Pflanze können sich die Blätter etwas dunkler rot färben, aber im Allgemeinen behalten sie ihre rosa Farbe. Die Rosa Kohlpfalme mag helles, indirektes Licht. Daher sollte sie an einem Ort stehen, an dem sie genügend Licht bekommt, aber direktes Licht vermeidet, vor allem während der heißen Stunden des Tages. Sie gedeiht am besten bei einer Temperatur zwischen 18 und 24 Grad Celsius. Im Boden verträgt die Rosa Kohlpfalme eine Temperatur von bis zu minus 10 Grad Celsius, aber wir empfehlen trotzdem sie vor Frost zu schützen, zum Beispiel mit einer Fiesabdeckung. Die Rosa Kohlpfalme ist eine relativ pflegeleichte Pflanze. Sie mag einen feuchten Boden, aber auch hier gilt, nicht zu viel Feuchtigkeit. Lassen Sie die oberste Schicht des Bodens abtrocknen, bevor Sie wieder gießen. Übermäßiges Gießen kann nämlich zu Wurzelfäule führen. Diese auffällige exotische Pflanze, die in Neuseeland beheimatet ist, passt sowohl in Innen- als auch in Außengärten super. Auf Wiedersehen!